Die Humanisten. Die Partei der Humanisten fordert eine Trennung von Religion und Politik. Sie möchte die Kirche im Bildungs- und Betreuungswesen enteignen und rationale, fortschrittliche und liberale Politik umsetzen. Sie fordert das Wahlrecht ab 16 Jahren, will die deutsche Raumfahrt fördern, fordert die Legalisierung von aktiver Sterbehilfe und eine liberalere Drogenpolitik.